So, so, hallo, ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ups, Sims, wo wir jetzt ganz schnell wieder mit Faye uns Wuschel schnappen müssen, bevor er weg ist. Ähm, da läuft er gerade. Denn Wuschel ist ja jetzt schon wieder nicht mehr in der Familie drin. Ich konnte ihn ja nicht, äh, komm, brich das mal ab, nicht, dass er uns abhaut. Und ich konnte ja das Spiel, ähm, nicht abspeichern. Das hat sich nämlich bis, ich hab noch versucht, hinterher es noch zu resetten nach der Aufnahme. Es hat aber nicht funktioniert. Ich konnte das Spiel leider nicht resetten, um, äh, ja, abspeichern zu können. Weil man kann ja nicht speichern, wenn ein Event aktiv ist. Und wir hatten ja noch das Event aktiv, dass, ähm, unsere Hunde noch abgeholt wurden. Kaya und Tobi. Wuff, wuff. Und deswegen ist jetzt Wuschel schon wieder nicht Part der Familie. Ich hab jetzt ein kleines bisschen, ähm, habe ich jetzt bis zu diesem Punkt hingespielt, dass wir nicht wieder Kaya und Tobi ein drittes Mal verkaufen müssen. Dass wir nicht wieder alle Pflanzen aufwerten müssen. Das sind so Sachen, die ich jetzt schon mal gemacht habe. Aber beim Adoptieren von Wuschel lasse ich euch nochmal dabei sein, würde ich sagen. Hinten stinkt was. So, jetzt gehört Wuschel aber endlich und endgültig zur Familie. Jetzt. Hier, ich werde paranoid. Direkt abspeichern. Und es ist schon wieder abgeschmiert. Ich glaube, das Spiel mag Wuschel nicht. Ja gut, ähm, Wuschel, mit Wuschel wird das wohl nichts mehr. Das ist doof. Wir versuchen gleich was anderes. Okay, ihr Lieben, eine richtige Sims-Folge wird es leider heute nicht werden. Denn mein Sims startet gerade einfach nur noch maximal bis zum Hauptmenü. Wenn überhaupt. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen gucken, ob das vielleicht an dem MC-Commander liegt. Manch anderer, ähm, teilweise auch YouTuber nutzen den hier auch. Die haben keine Probleme damit. Ähm, deswegen vermute ich eher, dass er sich mit irgendeinem meiner anderen Downloads nicht verträgt und deswegen diesen Spielabsturz zustande, ja, deswegen dieser Spielabsturz zustande kommt. Ich werde mal gucken, dass ich das so schnell wie möglich behoben bekomme, dass es ab morgen wieder normal weitergeht. Drückt mir die Daumen. Ich will jetzt ehrlich das, ich will das Bestreben gerne abschließen. Und ich wollte eigentlich Wuschel im Haus haben. Und, naja gut, müssen wir mal gucken. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Tut mir leid, dass heute nichts anderes kommt. Aber, ähm, ich mache jetzt gerade diese Vertonung, ähm, mache ich gerade noch sehr spät am Abend. Und ich habe rumgetrickst den Tag, bin aber noch zu keiner Lösung gekommen. Und, äh, ja, ich werde einfach weiter versuchen. Drückt uns allen zusammen die Daumen, dass es schnell weitergeht. Macht's gut, ich, äh, hock mich direkt wieder dran. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.